Hallo, willkommen zu einem neuen Video von KanoaktivUhr. In diesem Video mal wieder in die nächste Survive-Folge, heute in Bahrain. Natürlich hat er die 1-Stunden nicht gespeichert, naja, dann muss ich erstmal kurz was machen, so auf jeden Fall Bahrain. Mit dem Renault von Piquet. Und da bietet die Regel immer gleich, eine Runde überleben. Und er hat wieder mindestens Top 10 erreichen, dabei. Und natürlich den letzten Platz, sonst ist es nicht zu einfach, es soll ja auch nicht zu einfach sein. Jetzt sollte das richtig sein, dann los. Gut. Gut. Vielen Dank. Gut, dann geht's los. Oh, jetzt haben wir eine KI zu viel. Ja, gut. Verwalt potretiert jetzt eine KI, ne? Jetzt kann ich keinen Fehler machen. Oh, ich steh jetzt da nochmal hoch. Oh, ja. Okay, dann kann ich's ja kurz mal umstellen. Ja, kleiner Fail. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Also noch eine weniger. So, jetzt ist es richtig. Das sollte jetzt schneller laden, weil es ja gerade eben schon geladen hat. Ja, jetzt ist es richtig. So, jetzt aber los geht's. So, jetzt aber los geht's. Hä? Hä? Lebt das Auto noch? Ähm, wieso lebt das Auto jetzt noch? Ah, okay, ja. Hätte ich jetzt auch wieder nicht werten lassen, weil... ... es war ja, denn mit dem Problem ist es. Manchmal ist es irgendwie verbacken, wenn man jetzt die Mutterhilfe und die Tür einfach gelogen hat, wenn wir doch nicht alles kaputt machen. Okay, nicht so. Oh, das finde ich fast so gut. Oh, was passiert da denn? Nein! Nein, ich ging gegen die Wand! Oh, was soll das denn? Oh, was soll ich da vorne haben, wenn man einen Star hat? Ich bin Mast. Oh, der Polar. Diese Schlange da, die er mir kriegt, die kannst du nicht wirklich überfahren, ey. die liegt sonst bestört. Aber wenn ich weiter links gefahren bin, dann wäre die KI wahrscheinlich nicht reingefahren. Alter, keine Chance geben. Ja, alles klar, Toyota. Das ist noch nicht mal Monaco. Auf geht's? das ist noch nicht genau, die wir in der Zeit geholfen sind, Das ist hier nicht einfach mal. Oh, wie geht es? Oh, ja, ich habe noch nicht. Oh, das ist wirklich einiger. Oh. 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 Ich komm nicht mehr mit... Ich komm jetzt nicht mehr auf dem ersten Tod vielleicht mal rum. Ja! Für... Oh. Oh. Oh, steht da? Da steht noch irgendwo welche. Da steht noch irgendeine... Oh, wo seid... Nein! Ich habe die Kontrolle verloren. Weil ich nicht wusste, wo die standen. Ich wusste jetzt nicht links, rechts. Aber wahrscheinlich eher links, aber dann ja, zu spät. Oh, ich habe so viel überlegt, die US-Score anscheinend. Alles klar, jetzt schafft man es doch plötzlich auch einmal. Oh nein, da brennt wieder jemand. Und da brennt noch jemand vor mir. Und das war... Oh! Da war einer überschlagen, okay. Einer hat sich einfach überschlagen. Das war doch die Red Bull. Die auch immer der Duskel gekriegt hat. Platz 4, okay. Ah, da vorne kommt auch einer, der kann auch da vor mir stehen bleiben. Oh, bremsen! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Ich riskiere es, über die Rumpf reinzufahren. Und dann muss er fortsetzen. Oh, oh, oh. Und bitte fahren wir jetzt nicht hinten rein. Oh! Wo ist Platz 3? Ja, und deswegen ist der Fall überliegt auf Platz 3. Andere. Hey! Was ist da? Da da... Ich war aber noch über der Linie. Ging doch ein bisschen schneller als erwartet! Auf einmal! Kehrten noch! Das sind alle Ziel. Da rollt noch einer aus. Da ist der Chirat. Wo ist denn das? Überschlagen nach Gultad war das glaube ich. Weil da ist nämlich schon der Box. Ich glaube es passiert nichts mehr. Also gehen wir weiter zu den Ergebnissen. Am Ende sind nur 7 Autos ins Ziel gekommen. Dann geht das jetzt doch ein bisschen schneller weiter. Ich bedanke mich trotzdem, dass ich bei ihm wieder beim Survive-Video dabei war. Und bis zum nächsten Video. Ciao! Und das Spiel ist mal wieder abgestürzt.